Musik Ja, wir stehen hier vor dem Landtag. Heute ist die Mahnwache von Pflege am Boden. Wir waren gerade mit ein paar Abgeordneten hier unten, haben uns ja so einen kurzen Eindruck verschaffen können. Das waren jetzt ganz viele Impressionen, die ich auch jetzt erstmal so ein bisschen weiter verarbeiten muss. Wir werden weiter dranbleiben. Wir sind im Dialog mit den Pflegekräften. Wir behandeln in ein paar Stunden unseren Pflegeantrag, wo wir mehr Geld, mehr Dialog mit den Pflegekräften fordern, auch von der Landesregierung. Wir sind dran am Thema und ich kann euch auch nur noch mal bitten, schickt uns eure Erfahrungen, eure Wünsche, eure Sorgen an pflege.piratenfraktion-nrw.de. Wir veröffentlichen das gerne auf Wunsch anonym und wollen euch damit eine Stimme geben. Ich hoffe, ihr macht mit und damit wir uns halt um eure Probleme tatsächlich kümmern können, damit die Pflegekräfte wieder nach vorne kommen bzw. wieder hochkommen. Es ist nicht fünf vor zwölf, haben wir gerade gehört, sondern schon mindestens halb eins.